Hallihallo und herzlichst Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Park von Left 4 Dead 2 Together Zusammen mit Kiritas LP Tag Sehr schön, jetzt redet ihr auch wieder mit mir Niemals Und wir haben uns geguckt, um es diesmal wirklich zu schaffen und nicht nur so zu tun als auch Hat doch gar nichts nach Gab's das nicht schon irgendwie am Anfang? Nein, das war bloß gespielt, da haben wir so getan, als ob wir es nötig wollten, aber eigentlich wollten wir sterben Und das ist jetzt anders, jetzt wollen wir wirklich durchkommen Aber immer noch nicht mehr Leute, die uns helfen könnten, sind wir auf die Dummheit der Computer angewiesen Wobei die Computer sind besser als wir Ja, aber nicht was Teamplay angeht, sie sind bloß gut darin Zombies zu treffen, uns damit dann zu töten Aber sie sind auch besser im Teamplay Wenn ich jetzt einfach mal ein paar Sachen von mir und Felix aufzähle Äh Das ist auch Teamplay, das ist äh Es ist Teamplay, wenn ich ihn erschieße? Ja, weil ich ihn dann Und Achtung Tank Ja, du regst ihn dadurch an besser zu spielen Ach so, da war ein Stein Und... Ja, weil du grad woanders warst Ja, weil du grad woanders warst Achtung Tank Uuuuuhhhh Shit Ich hab nen Tank gefunden Ja Beste war ja immer noch, ich wollte dich töten, damit du mehr HP hast Ja, das war auch ganz nett Aber siehst du, das war auch Teamfähig überlegt Wenn du denkst, du denkst, okay Ich töte ihn, dann hat er mehr Leben und stirbt nicht so schnell Ja Irgendwo kann man das verstehen Im Endeffekt Siehst du Aber die NPCs halt eben nicht Die schießen nur auf Zombies Der, der ihnen grad am nächsten ist Nicht der, der mir am nächsten ist Und da liegt das Problem Ich wusste gar nicht, dass man da rein kann Ich bin immer von vorbeigelaufen Aber hier ist nichts drin Das wäre wahrscheinlich ne Toilette Stimmt, das könnte sein Also möglicherweise wär's das Oh man, Alter Der Anfang ist immer zu einfach Und erst sobald du die Fässer siehst Gehst du wirklich erst los Ja Oh nein Doch Nein, ich meine bei mir Ja doch Danke Kein Problem Eigentlich sollte nicht wahrscheinlich der Sniper werden Nee Ich hab mir doch eigentlich ganz gut als Sniper angestellt Shit, ich hab den Charger gehört Da So Du darfst dir Kästensäge, falls du brauchst Und hier ist Nee, die hab ich vorhin schon ein paar Mal gesehen Ob man hier einfach rüber kann Nein, kann man nicht, komm hier hoch Okay, gut Verdammt, ich komm nicht hoch Doch, jetzt ja Nicht so weit weg gehen Kiri Aber nicht, dass du wieder stirbst Ich spiel nur schon mal nach hier oben Ja, wenn dich dann so ein Schlecker wegholt Dann hast du recht gehabt, ne Pass schon auf Das sagen sie alle Die Aufpass Methode Schnell genug rausziehen Das funktioniert nicht Und dann sind sie schwanger Ich pass schon auf Ja, ja, ja Shit, Mann, Alter Horell läuft mit ihrem Kopf Direkt in mein Mündungsfeuer rein Das meine ich mit so hier Computer Oh, oh, Char-char Mit ganz Denk Äh, jetzt auch halt eingeschafft, denke ich Ich hab jetzt nur, glaub ich Zwei Schüsse draufgegeben Naja, shotgun Und nah Ne, ne, ich hab ja ne AK Ne AK Ne AK Hey, da voll im Recht, die haben die ganze Zeit übersehen Boah, das kann nicht sein, ich bin direkt drauf und schieß drei Schüsse daneben Hoho Warum bist du schon jetzt wieder so halt vorne? Wir haben gesagt, wir gehen zusammen Das ist auch das Wichtigste Ich glaube nicht nur darum, dass keine Zombies da sind Ich möchte euch beschützen Das ist schön Aber wir können besser auf uns auffassen, wenn wir zusammen agieren Übrigens, hinten ist noch Medizin, falls du brauchst Braucht grad nicht Ich brauche tote Zombies Ja What a shit Oh fuck Das war knapp Ah, diese Sumpf-Zombies Sind das nicht so schlimm wie die Clown-Zombies Stimmt In gewisser Weise hast du da recht Ja Ach, und weh, du zündest die Fesse an bevor ich da bin Hinten im Lazarett kannst du immer noch ein Haid hinholen und sowas Ja Okay, ich warte jetzt auf euch Ja, der Sniper Warum gibt's hier einen Sniper? Das ist an sich Sinnlos Ja Bereit? Ich hab einen Monotop Jo, wir sind bereit Äh, Achtung, Jockey auf mir drauf Aber warum Cut jetzt? Keine Ahnung Der kam von hinten Ich werfe einen Monotop Und jetzt go Das ist Warbomber Warbomber, ja Okay, let's go Ne, lass nicht stürmen Das ist Momentan noch nicht gut, denke ich Schlitter Fort Gut Ich komm schon wieder Ja Ja Oh fuck Boomer Dachte wir stürmen Ich hab gesagt wir stürmen nicht Wir stürmen Äh, ich werde Danke, gut Aber immer wenn wir stürmen sterben wir Weil beides mit S anfängt Und lass mich wenigstens vor Immerhin hab ich hier einen Todfänger Ja Kettenweger Nein, okay, gut ist auch nicht schlecht Boah, wie viele kommen denn hier bitte? Dank der Splitter Shit, ein Charger Oh, danke Ja, ja, ich bin grad ein bisschen betreut, dass ich komme Da nur 6 Schuss Haben ausgereicht Ja, so bin ich das letzte Mal gestorben Ja, aber ich nicht da war Achtung, Boomer Boomer ist tot Da ist ein Safe-Hung Ja, hier ist ein Safe-Hung Einfach reingehen Das so einfach wäre Ja, so Tür zu Geht doch Endlich Warum haben wir so lange gebraucht? Das war einfach Ja Typisch Oh shit, Alter General Defense Ja Oh, haben tanken meistens Schaden gemacht Sehr schön Millifighters Ja, du mit deiner Chainsaw Der Cluster gewinnst Ach, na gut Ist ja normal bei mir Und Special Kills hab ich den meisten Und du einen Und ich die wenigsten ausnahmsweise Einen Toll Okay, gut Dann verabschieden wir uns erstmal von euch Und äh Ja, von mir aus noch auf Wiederhören Auf geht's Auf geht's Auf geht's Auf geht's